Hallihallöchen und ja, willkommen mit leerer Stimme wieder zurück. Warte, so. Jetzt hab ich versehen, ich meine Kamera ausgemacht. Das war doof. Faye, bist du noch da? Hm? Was bist denn so still? So kenn ich dich gar nicht. Ja, darf ich auch mal. Komm raus, Faye. Komm raus, Yeti. Also, jetzt spielen wir eigentlich nur noch, weil ich muss. Was? Faye hat mich gezwungen, äh, gezwungen. Was? Was? Nö, Mann. Hat den schon mal jemand gesehen? Ja, ich. Ah, wunderbar, wo ist denn der? Ah, da, ich seh'n. Der geht auf Angriff. Was? Oh, ja. Wen hat er gekillt? Mich nicht. Ich bin hinter ihm, ich bin hinter ihm. Nein. Da war ich nicht. Ja, was soll der Scheiß denn? Wo sind denn hin jetzt? Irgendwo, wo Fleisch ist. Irgendwo, wo Fleisch ist. Wer geht auf Kill, also wer geht auf Angriff? Und er hat das Dritte. Ich hab'n. Oh ne, geh weg, geh weg. Der hat das letzte Stück Fleisch. Ja, ich seh's. Ich werd sterben. Ich komm nicht mehr weg. Ja, sag ich doch. Und ich habe mich schon. Nein, so schnell war ich nicht. Ja, das hatte ich auch grad, das Problem. Oh, und da schreit jemand. Geil. Ich geh' sofort. Ja, ist auch bei dir drin. Nee. Ah. Ist doch schön. So, zwei dürfen wir nicht noch nicht haben. Ui, da war jemand. Oh, vorletzter. Oh, vorletzter. Oh, Mann. Leute. Das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Ui, uy, uy, für Verstärkung. Zum Beispiel. Mal hier. Psst. So schön einfrieren. Winterzauber habe ich gekriegt, das ist doch schön, Winterzauber, das ist schön, Frillardön oder so ähnlich. Ja cool. Die Fee getötet, mich getötet, alle getötet. Und noch eine Lootbox, DAS gibt's doch gar nicht. Was ich da an Lootboxen alles aufmachen kann, geil! Lulululu, von ganz schnellmatch verlassen. Hat es noch gereicht? Ich weiß nicht, ob es noch gereicht hab. Jetzt ist mir, ist mir das Spiel jetzt abgeraucht? Ist das jetzt? Ich bin gleich dann wieder da. Hallo, hallo, was? Hab ich, hab ich falsch gedrückt? Ich hab falsch gedrückt. Ich hab falsch gedrückt, jetzt tut mir leid, die Fae ist wieder da. Und bei mir läuft das wieder. Ich glaub, die Fae hat mich irgendwie ein bisschen mit in den Tod gerissen. Oh. Haben wir hier irgendwo Schneebelle? Nein, 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 nein. So. Getroffen, juhu. Aber jetzt fehlt mir ein Schneeball. Scheiße. Scheiße. Eingekillt hab ich. Ja, nicht hätte die blöde Kuh fast erwischt, sondern hat die mich erwischt. Weil leer war. Wie viel sind wir denn noch? Drei Stück? Wo sind sie denn alle hin? Wo sind sie denn alle hin? Aber mehr Schnee. Mist. Die sind zu zweit. Direkt. Ja, dann kann man richtig mehr davon. Das ist mein Hauptproblem. Ja, ich guck grad bei dir zu. Mein! Ich hätte eine Wand ziehen müssen. Mist. Hast du nur noch einer da? Backe, backe Kuchen. Es ist nur noch einer da. Wir wollen eigentlich jede... Hier hat gar kein Schneeball. Ja, wir haben die Runde gewonnen. Was denn? Die hat auch kein Schneeball mehr. Nein, nein, die hat wahrscheinlich auch gewartet. Alle zählen auf mich. Ah, wenigstens hab ich einen gekillt. Das ist die Hauptsache. Mit Ulti hast du ganze Zeit Schneeball. Schnee, Schneebälle. Ja, ich weiß. Nein! Ah, scheiße! Hat's dich direkt erwischt? Ja, ich wollte grad schießen. Die kamen um die Ecke, weißt du? Äh, jetzt spielen die besser zusammen. Guck mal, ich hab doch... Ja, die spielen jetzt besser zusammen. Ja, aber ich hab doch eine Wand gezogen. Die hat neben der Wand her geschossen. Ne, ne, meine Wand war geteilt. Die wartet. Ja! Danke! Kann man mal sagen. Wir sind sehr schlecht in dem Spiel. Ja. Ja, kommt doch mal drauf an, aber ich bin ja... Wo sind sie denn alle hin? Zeit für ein bisschen Schneegestöber. Oh, wird Schneegestöber. Geh machen wir mal weg. Nein! Oh, sag mal! Das gibt's doch nicht. Die hat doch... Ich hab keinen Schnee. Ich bin tot. Wo bist du denn? Oh, da warst du ja Fee, du. Ich suche gerade Schnee. Da! Da, da! Rechts! Da, andere rechts, links! Da! Gerade! Da! Da, Fee! Da ist Schnee! Scheiße! Mal eben Schnee weg! Mal Wand! Renn weg! Ja... Da! Da, Schnee! Vor dir! Vor dir! Ich hab keinen Schnee mehr! Ich hoffe, die hat jetzt keinen Schnee. Mittlerweile würde ich schon Schnee haben. Ja, gut, Fee! Jetzt hast du auch kein Schnee mehr. Nur so als Info. Da, Schnee! 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 Ja, ja, ich seh! Einer ist noch über. Aber wo ist der eine? Versteckt. Ich hab hier was für euch. Kann ich bei euch nicht... Nee, schade. Da ist Schnee auf jeden Fall. Hinter dir! Ah! Ah, scheiße! Der würde dich von hinten jetzt erschießen, ne? So als Info. Das war wohl nix. Ja, das war nix. Genau. Aha! Das war dämlich. Das war selten dämlich. Nein! Das hätt ich dir auch sagen können. Quatsch! Ich wollte gerade die Shift-Taste. Das säht nämlich schon für ihn. Ja, komm! Du bist diesmal eher gestorben als ich. Sieg. Sieg. Der war n' Highlight. Der war in unserer Truppe, ne? Hm. Ja, das war der, ähm... Russe? War der... ...kirillisch. Also... Da, dieses Bar... Wir gehen jetzt mal ganz schnell wieder raus, so. Aber jetzt Yeti-Jagd. So. Was war das denn? Alter, was machst du? Ja, ein Krummel an meiner Tastatur. Ich weiß nicht, wer da gefuttert hat. Eins noch. Hier, Dieter... Bar... Bar... K... Keine Ahnung. Er war bei uns im Team. Tipp, 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 tipp. Ja, ja. Du kannst dich auch nicht entscheiden. Oh, what? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jawohl. Mehr. Ja, wer wohl. Ah, ah. Beides. Der A oder die N? Ah, ah. Ah, ah, okay. Ja, die A. Nicht A. Ja, beides. Ebenst. Oh, muss ich mal springen? Ah, ah. Der Ake, ich hätte meine Zipfel mit. Geht in mein Kopf. Glaub ich. Nee. Ne, Sie können Schädel leisten. Ah, ha, 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 ha. Es gibt doch nicht. Ja, hallo. Du bist ein Highlight, das ist ein Highlight, das ist ein Highlight. Wirklich? Du bist nur eine Tastatur. Wirklich? so schon heißt er weiß ja schon bescheide quatsch heißt nichts stimmen wir haben gesehen er sprang ich da kommt doch von oben oder ne der wird da gegrillt ok das ist einer der auf angriff geht ich muss mal eben leider runtergehen weil heiltechnisch ja ich wollte auch runter ja da kannst du auch nur die angreifen da kannst du auch echt nur drauf halten drei leben nur noch gehabt ja ich bin mal eben weg bekommen der hier rein habe ich ein schwein die mich nicht gekillt der mich wahrscheinlich nicht gesehen alter der rennt ja der ist ja bei euch hinten ich bin hier tschüss so jetzt angreifen die hast runter gefahren dann müsst ihr vorbei sein da nix was ist los da war nix hat sich ausgedannigt ja der hat mich auch gekillt war mein kill der war aber echt volles Pfund nur auf angriff der war auf angriff ja obwohl manchmal auch das beste was der machen kann angriff ist die beste beste verteidigung beste verteidigung ich habe jetzt den skin von mercy echt da fehlt mir einer noch einen müssen wir noch spielen aber der ist nicht so nee aber haben oder nicht auch soo weltbewegend ist der nicht da fand ich den beim ähm halloween die den letzten viel cooler ne weiß gar nicht mehr was da war hier der baptist da habe ich muss das gewesen sein als vampir da als ähm vampirjäger ja los lasst den jeti fangen lasst den jeti fangen wer ist denn jeti 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 kaschem kaschem hast du nie gesehen so schnell kann ich nicht gucken weil ok ich habe ihn auch gefunden musste leider gerade in die ach so da sind noch mehrere ja der geht auch ein bisschen der greift auch an da so sind die richtung ohr um ich gehe schon mal weg ich bleib hier oben ja genau komm doch hier hin ne blöde oh der würde mich killen weil die eine mich verraten hat die blöde schrulle hat mich natürlich voll verraten die windacht die windacht hat mich voll verraten er ist in meine falle getappt ohr mann wir sind so dämlich ey ohr ja macht da extra noch der war in meiner falle und derjenige macht ne wand davor ohr das ärgert mich echt mega dann äh das sind so Leute aaa ey weisse bringt mir die ... Der ist eh auch Fleisch ich dilemma ich kann schonmal oh oh ich ich ach ich bin so gut wie down oh shit ja ich bin down ja und dann macht jemand noch drauf ne eispont Eliot hinde damit ich seal highest da meine ich da meine ich die ganze zeit das ist ein führspieler kann es mir sagen was du willst was sind wir dabei ich weiß nicht mehr wenn das war ich konnte nicht sehen ich habe nur diese gegen eiswand von mir gehabt sehr geil vor allen dingen ich hasse sowas dachchen und habe ich schon falle gesetzt ja ich kann nicht wo ist denn der und das tod sie runtergefallen kann gut sein ich habe auch den schnee engel so das heißt die tage werde ich mal alle meine boxen aufmachen im extra video ja ich wollte gerade hast gesehen da war nämlich eine eiswand ja ich sage ich wollte weg und so leute muss man eigentlich sofort reporten das geben auch jedes mal auf geist wasser das macht auch kann ich wollte wir gehen jetzt sofort raus machen wir jetzt so ganz schnell spiel verlassen match verlassen als team joe gut freunde wir haben den skin den wir haben wollten ich habe noch die hexen ja gut dann machen wir jetzt auch schnee engel dann kriegt jetzt auch den schnee engel rüstig auch aus aber der ist nicht so warte mal hinter wunderland gehen fertig ist so und so ein engelchen haben auch noch und den haben auch noch auch wenn ich den zu kaffee viel schöner zu kaffee ja ja stimmt vom letzten jahr zu kaffee könnte ich mir könnte ich mal sogar kaufen ich glaube den hole ich mir sogar der ist viel schöner den hole ich mir was soll der geizt bam also das muss ich jetzt persönlich sagen also von der finde ich jetzt den zu kaffee habe ich mir jetzt auch ausgesucht ehrlich gesagt so gut folgen wir haben es ja haben es ja auch wir 3.000 ja ist ja der hier den muss knackern oder du hattest in rattenkönig der kostet auch 3.000 ja wie nuss knackern rattenkönig rattenkönig genau gut freunde wir sehen uns wenn ihr wollt in einem nächsten display oder eben halt im ganzen loot boxen aufmachen 81 loot boxen vielleicht kommt noch so die ein oder andere das weiß ich noch nicht da sind aber nicht nur winter loot boxen da sind nicht nur winter loot boxen drin trotzdem cheater alles klar ciao mit v tschüss